Sie sind Tierheilpraktikerin und betreiben hier mit Ihrem Mann Werner zusammen den Wendelinushof in Kirchzell breiten Tuch. Einer Ihrer Hunde, wie viele Hunde haben Sie hier? Im Moment fünf. Von klein bis groß. Ja. Und einer davon ist die Eika, die werden wir auch gleich sehen. Und die hat Diabetes. Ja, die hat Diabetes. Ich habe sie jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich habe sie bekommen, da war sie knapp zehn. Wird jetzt also bald zwölf. Da hatte sie schon Diabetes. Schon längere Zeit. Wohl anderthalb bis zwei Jahre schon. War blind. War sehr schlecht eingestellt. Und ja, ich habe sie also übernommen, weil über die Tierschutz kam sie. Weil ich halt gedacht habe, ich könnte vielleicht noch irgendwas für sie tun. Jetzt sagen Sie, war blind. Ja. Also ich weiß, dass das eine Auswirkung der Diabetes sein kann. Richtig. Das klingt aber so, als wäre sie nicht mehr blind. Sie ist nicht mehr blind. Sie kann wieder sehen. Aha. Das kommt also wirklich ganz, ganz selten vor. Was weiß ich, von einer Million mal. Durch was es kommt, weiß man auch heute noch nicht so ganz genau. Genau. Jedenfalls die verkalkte Linse hat sich selbstständig aufgelöst. Erst am einen. Später dann in der Folge am anderen Auge auch. Und hat sich am Augengrund abgesetzt. Also normalerweise ist sogar dieser Prozess, es ist ein entzündlicher Prozess, sehr mit Schmerzen verbunden. Aber da haben wir wohl riesig großes Glück gehabt. Sie hatte keine, nicht mal eine Bindehautentzündung. Also es war keine geröteten Augen und keinerlei Probleme dabei. Ja und jetzt sieht sie wieder, also wie man ohne Linse sehen kann. Also nicht so scharf wie jetzt wir, sondern einfach, ja wie so ein bisschen durch Nebel. Ja gut ist soweit. Eine deutliche Verbesserung in jedem Fall. Natürlich. Klar, sie sieht wieder. Also sie kann Leckerlis aus der Luft fangen und also ist schon ein Zeichen dafür, dass sie wirklich sieht. Und sie läuft auch nirgendwo mehr gegen. Frau Stab, jetzt haben Sie zwei, zweieinhalb Jahre Erfahrung gesammelt, gerade mit Aika. Und Sie haben mir vorhin schon erzählt, Sie haben relativ lange den Hund eingestellt auf das Insulin. Richtig, weil ein Hund auf Insulin einzustellen ist mindestens genauso schwer wie ein Mensch einzustellen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also man muss ganz lange und ganz oft zu Hause testen, bis man so, ja den Hund so ein bisschen kennt, wie er, auf welche Situationen, auf welches Futter, auf welche Gegebenheiten, Wettergegebenheiten, es spielt alles eine Rolle. Also das ganze Leben beeinflusst den Blutzucker. Und es kommt also sehr darauf an, dass man kontinuierlich alles das Gleiche füttert, bis man da sieht, okay, das Futter wird vertragen oder das Futter wird nicht vertragen. Man muss also mindestens eine Woche das Gleiche füttern, um irgendeine Aussage zu haben. Man sollte auch bei den Insulinen die Einheiten nicht von heute auf morgen verändern, sondern nur in ganz kleinen Schritten lieber etwas weniger Insulin zuerst spritzen, dass der Hund sich langsam darauf einstellen kann, der Körper. Dauert auch, wie gesagt, bei einer halben Einheit, maximal eine Einheit, dauert auch drei, vier Tage. Und es ist eine langwierige Geschichte, den Hund einzustellen, aber es lohnt sich, wie man da Aika sieht. Frau Stapel, es gibt ja verschiedene Insuline, ganz speziell für die Tiere, für den Hund, aber es gibt auch Fälle, in denen Humane Insulin angewandt wird. Richtig, richtig. Es gibt also ein Insulin für Kleintiere, also überhaupt nicht für Hunde. Es ist ein Mischinsulin und meistens oder ganz oft kommen die Tiere damit nicht aus und nicht klar. Weil, ja, ein Hund rennt dann doch viel draus rum, schnappt mal da was auf, schnappt dort mal was auf und meistens ist der Besitzer nicht schnell genug. Oder sie erbrechen mal nach der Fütterung, man weiß also nicht so ganz genau, was haben sie jetzt wirklich gefressen, wie viel Kohlehydrate oder ein Stück Pizza, was mal geklaut wird. Es passieren so viele Dinge am Tag und manche Hunde lassen sich wirklich schlecht auf das von der Medizin her hergestellte Tierinsulin einstellen. Ich bin dann dazu übergegangen, Human Insulin zu spritzen und zwar zwei verschiedene. Einmal ein Langzeitinsulin, das alle zwölf Stunden möglichst pünktlich gespritzt werden soll. So eine Stunde hat man da schon, ein bisschen Spieglauf, aber es sollte alle zwölf Stunden gespritzt werden. Und eine Kurzzeitinsulin, was nach der Fütterung gespritzt wird. Da ist es auch unterschiedlich. Mancher Hund fängt schnell mit der Fütterung an, mancher braucht weniger. Und dazu ist es wichtig, dass man die ersten paar Mal, bis man seinen Hund halt kennt, kurzfristig misst nach der Fütterung. Dass man weiß, in 10 Minuten, in 20 Minuten, in einer dreiviertel Stunde geht der Blutzucker hoch. Und dass man möglichst Blutzuckerschwankungen vermeidet, indem er zeitgerecht spritzt. Das heißt also, bevor der Blutzucker richtig hoch geht. Und dazu gehört ein bisschen langer Atem, dass man es einfach ausprobiert. Ja, Sie führen ja auch ganz akkurat Buch. Ja, ja, ich habe also vom ersten Tag an, als Eika kam, habe ich die Blutzuckermessung durchgeführt. Weil ich wusste ja, dass wir einen Zuckerhund kriegen. Und habe mich also schon vorher informiert, 14 Tage bevor er kam, bevor sie kam. Habe also auch schon ein Blutzuckermessgerät mir besorgt und auch schon an mir probiert. Ich habe also kein Diabetes. Und ja, ich habe mich einfach ein bisschen vertraut gemacht mit der ganzen Geschichte. Wobei es anfangs schon Überwindung kostet, einen Hund ins Ohr zu piksen. Oder aber ja, auch zu spritzen. Also ich war zwar mal Krankenschwester, aber es ist ein Riesenunterschied, einen Menschen zu piksen oder einen Hund zu piksen. Und der Hund lässt es ja auch mit sich machen. Ja, im Gegenteil. Also wenn man das ein bisschen geschickt verbindet, mit Leckerli arbeitet. Also die setzen sich dann schon hin und warten und sagen, mach mal, mess mal, dass ich endlich mein Leckerli kriege. Und die hören dann nur schon das Piepsen vom Gerädchen. Und dann wissen sie, jetzt kommt das und das dran. Und dann ist das also kein Thema. Aber Sie benutzen keine Spritze, sondern den Pen? Ich habe diesen Pen, den Insulin-Pen. Ich habe zwei. Eins fürs Langzeit- und eins fürs Kurzzeit-Insulin. Und gerade beim Kurzzeit-Insulin, wo es ja manchmal auf halbe Einheiten drauf ankommt, habe ich mir also diesen Demi-Pen besorgt. Die heißen so, weil man da auch halbe Einheiten-Schritte spritzen kann. Und das sind eigentlich für Kinder oder Jugendliche, die ja noch nicht so viel Gewicht haben. Und es ist eine ganz tolle, super Sache. Es geht viel einfacher. Man braucht nicht ständig aufziehen. Man verunreinigt die Ampulle nicht, indem man da ständig reinstechen muss. Sondern das ist eine Geschichte in dem Pen. Und da kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Und es ist vielleicht für den, der die Spritze verabreicht, auch angenehmer? Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, es ist so und so. Es ist eine Gewohnheitssache und man lernt beides. Nur es ist umständlicher mit den Einmalenspritzen. Und mit den Pen ist es halt einfach. Man gewöhnt sich dran. Es gehört zum Tag dazu. So, und jetzt haben wir die Eika auch endlich im Bild. Genau. Sie hat gleich noch ein Freund mitgebracht. Ja, ja. Das Messen oder das Spritzen, Leo. Geh weg. Leo, geh weg. Das ist immer sehr interessant, weil danach gibt es ja ein Leckerli. Ich habe also mein Gerät. Das stelle ich jetzt scharf. Ich habe mein Leckerli bereit. Gucke am Ohr, weil die Ohrvene kann man immer super meistens anstechen. Steche auf dem Ohrrand. Man sieht wahrscheinlich schon, dass da ein kleiner Tropfen kommt. Zu viel drücken sollte man nicht. Das verfälscht ein bisschen, wenn da zu viel Gewebewasser kommt, das Messergebnis. Halte mein Messgerät dran. Das saugt auf, piepst. Und wenn es gepiepst hat, ist gut. Jetzt muss ich ein bisschen warten. 15 Sekunden. Und dann zeigt es an. Sie hat es vorhin gefressen. Also ich rechne mal mit so 140. Vielleicht auch weniger wegen der Aufregung. Man steckt da nicht immer drin. 105. Also optimal für den Hund. Und eigentlich ganz klasse. Sie bräuchte jetzt kein Korrekturinsulin. Also wenn irgendwie Aufregung ist oder sie irgendwas geklaut hat, muss man schon mal Korrektur spritzen. Ich tue mal jetzt so, als wäre das nötig. Den Insulinpen. Ich ziehe ihn hier ab. Hier kann ich die Einheiten einstellen. Ich lasse sowieso immer erst eine Einheit oben raus, dass ich sehe, dass da keine Luft ist. Stell dann die entsprechenden Einheiten ein, die ich spritzen möchte. Hier an diesem Drehteil. Das ist jetzt ein Pendeln, wo ich auch halbe Einheiten spritzen kann. Leg den Hund hin. Eika, Platz. Platz. Super. Schmeiß ihn um. Aber wie gesagt, sie kennt das alles. Leg dich hin. Nimm so eine Hautfalte. Zieh hoch. Stech rein. Und drück hinten drauf. Halt eine Sekunde. Ja, ein bisschen mehr als eine Sekunde. Lass los. Zieh raus. Verreibe. Und schon hat sie ein Leckerli. Und die finden das total normal und warten eigentlich schon, dass sie das Leckerli kriegen. Und tut auch nicht weh. Zum Blutabnehmen am Ohr gibt es auch noch einen Trick. Morgens vor allen Dingen oder im Winter, wenn die Hunde eiskalte Ohren haben, kriegt man dann natürlich kein Tropfen Blut raus. Dazu habe ich mir einen Waschladen genommen. Der ist mit Reis, mit rohem Reis gefüllt. Und der kommt für anderthalb Minuten in die Mikrowelle. Der heizt sich auf, wird schön warm. Ich nehme dann hier so das Ohr. Halt den Waschlappen dran und warte so eine halbe Minute. Bis ich halt denke, das Ohr ist warm. Weil wenn das Ohr warm ist, kriege ich natürlich sehr viel besser das Blut. Wenn das nicht geht oder die Mikrowelle gerade kaputt ist oder was auch immer, es schnell gehen muss und ich keine Zeit habe zu warten, kann ich auch aus der Lefte Blut nehmen. Es tut dem Mund auch nicht weh. Ist auch kein Thema. Ich klappe das hier rum. Mach es ein bisschen trocken, weil sonst verleuchtet es so arg. Ich denke, wir sind da ja, sonst sieht man nichts. Halt meinen Kekse dran, steche ich rein. Hier kommt Blut. Ich kann es hier wieder auffangen mit meinem Messteil. Und es sollte jetzt auch so um die 105 sein, aber manchmal ist es ein bisschen verschieden zwischen Left und Ohr.